Konnichiwa Minasan! Welche Firmenarten gibt es in Japan eigentlich? Welche Vorteile bzw. besondere Merkmale haben die? Und was habe eigentlich ich hier in Japan mit meiner Selbstständigkeit gemacht? Das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Ich würde sagen, wir springen auch direkt voll rein. Insgesamt kann man in Japan vier verschiedene Firmenarten gründen. Die Firmenart, die am meisten gegründet wird und die es auch am meisten gibt in Japan, das ist die sogenannte Kabushiki Geisha. Wie der ein oder andere von euch aus dem Namen vielleicht schon erkennen kann, Kabu heißt Aktie. Das heißt, wenn man es so auf Deutsch übersetzen würde, ist es eine Aktiengesellschaft. Diese Firmen können auch Aktien erstellen und verkaufen und können die Gewinne dann auch verwenden für die Firma. Aber wenn man mal ehrlich ist, die allermeisten Firmen in Japan, die Kabushiki Geisha sind, haben keine Aktien und verkaufen auch keine. Also davon sind nur wenige dann direkt an der Börse. Aber diese Firmenform beinhaltet eben, dass man es theoretisch machen könnte, wenn man denn möchte. Die wird wie gesagt am häufigsten gegründet. Es ist eine, ich glaube auf Deutsch würde man sagen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, die Gläubiger dieser Firma oder die Eigentümer, die haften nur mit dem Geld, was sie in die Firma gegeben haben. Also wenn jetzt jemand 5000 Euro da reingegeben hat, die Firma geht dann pleite, dann bekommt ihr diese 5000 Euro nicht wieder, sondern die sind dann eben verloren. Aber mit Privatvermögen oder sowas muss nicht gehaftet werden, wenn diese Kabushiki Geisha pleite geht. Die Kabushiki Geisha genießt großes Vertrauen in der japanischen Gesellschaft und das ist eigentlich auch der große Pluspunkt von dieser Firmenform. Denn es ist relativ einfach, Verträge abzuschließen oder auch Kredite bei der Bank zu bekommen, sich generell Geld zu beschaffen und es ist nach außen hin halt, wenn man sagt, oh ich habe eine Kabushiki Geisha, dann denken die anderen Firmen, die Geschäftspartner und die Leute in der Gesellschaft in der Regel, oh okay, das ist eine wirklich richtige Firma, der macht das richtig, da habe ich Vertrauen rein, da kaufe ich was, da werde ich Kunde oder was auch immer. Also das Vertrauen in der Gesellschaft ist wirklich sehr, sehr groß. Dafür gibt es auch einige Nachteile. Denn zum Beispiel, selbst wenn man Verlust macht, muss man trotzdem die, ich glaube auf Deutsch wäre es Körperschaftssteuer zahlen, auf japanisch ist es die Hojinsei, die muss man auch zahlen, das sind mindestens 70.000 Yen, die müssen gezahlt werden, auch wenn man keine Gewinne macht, sondern Verluste. Das ist ein Nachteil, ein anderer Nachteil ist, man braucht erstmal 250.000 Yen, um diese Firma überhaupt gründen zu können. Also mit der Anmeldung, mit dem Stempel, die man dann für die Firma noch braucht, mit all den Dingen, die bezahlt werden müssen, braucht man ungefähr 250.000 Yen, um die Firma zu gründen. Man braucht als Startkapital aber eigentlich nicht wirklich was, denn die Firma kann ab einem Yen Startkapital gegründet werden. Das ist also schon mal nicht so eine große Hürde, sondern die Hürde sind eventuell dann diese 250.000 Yen, die man für Anmeldung und man muss das ja auch mit dem Steuerberater am besten machen und einen Anwalt auch dabei für die Satzung, es muss eine Satzung geschrieben werden des Unternehmens und so. Da sollte man schon Leute dann beauftragen, weil das kann man in der Regel ja nicht alleine und das alles kostet dann eben diese 250.000 Yen zusammen. Das ist ein Nachteil. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Kabushiki Geisha in Japan relativ stark reglementiert ist. Also es gibt viele Regeln, man muss sich natürlich ans Gesetz halten, das muss man immer, aber es gibt viele Gesetze auch im Hinblick auf die Verwaltung, auf die Gewinnverteilung, also wie viel Gehalt man bekommen kann. Das ist alles relativ strikt und stark geregelt. Man braucht auch sowas wie einen Aufsichtsrat und wenn man das nicht macht, dann ist es eben ein Regelverstoß und nicht so gut. Das ist so ein bisschen der negative Aspekt bei der Kabushiki Geisha. Man hat relativ wenig Freiheiten in der Gestaltung und in der Verwaltung des Ganzen. Da ist nämlich alles relativ stark vorgegeben. Außerdem muss bei der Kabushiki Geisha auch die Bilanz öffentlich gemacht werden, damit die jeder einsehen kann. Das soweit zur Kabushiki Geisha, würde ich sagen. Dann kommen wir zur nächsten Form. Das ist auch eine Firmenform, die sehr häufig in Japan gegründet wird. Die häufigste nach der Kabushiki Geisha, das ist die Godo Geisha. Und die Godo Geisha, die kann man jetzt erst seit 2006 gründen. Denn bis 2006 gab es die sogenannte Yugen Geisha. Die gibt es jetzt nicht mehr. Die hat man gesagt, okay, da lassen wir keine Neugründung mehr zu. Die Firmen, die vor 2006 ihre Yugen Geisha gegründet haben, die dürfen sich auch heutzutage immer noch so nennen. Das geht. Da gibt es kein Gesetz, das sagt, du darfst das jetzt nicht mehr, wenn du die vorher gegründet hast. Deswegen sieht man die auch immer noch mal wieder. Ich habe auch einige schon gesehen, hier, wenn ich spazieren gehe, da steht dann der Name Yugen Geisha dran. Und so, hä, okay, das darf man noch. Und das ist eben, weil die sich noch so nennen dürfen. Aber viele haben den Status dann auch geändert. Also in Japan ist es so, wenn man jetzt eine Kabushiki Geisha zum Beispiel gründet, kann man die auch jederzeit in eine Godo Geisha wechseln. Oder eben auch andersrum. Das kann man machen, damit man immer die Firmenform auf die momentane Situation des Unternehmens anpassen kann und so garantieren kann, dass das Unternehmen wächst und sich in eine gute Richtung entwickelt. Das finde ich auch relativ interessant, dass das so geht. Das ist aber möglich. Und viele sind von der Yugen Geisha dann auf die Kabushiki Geisha auch gewechselt oder eben in die Godo Geisha. So, bei der Godo Geisha, da sind wir jetzt auch, die schauen wir uns genauer an. Das ist auch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, der Firmen-Eigentümer oder die Eigentümer, wenn man mehrere hat, so wie die Investoren, die investiert haben in diese Firma, die haften mit dem Geld, was sie eben in die Firma gegeben haben, aber nicht mit Privatvermögen oder sowas. Und die Godo Geisha hat jetzt im Vergleich zur Kabushiki Geisha einige entscheidende Vorteile. Und zwar kostet sie erstmal viel, viel weniger in der Gründung, weil nicht so viele Dokumente vonnöten sind. Alles drum und dran, ungefähr 100.000 Yen, sagt man, kostet die Gründung. Startkapital braucht man ebenfalls wie bei der Kabushiki Geisha eigentlich keines. Also kann man ab 1 Yen machen, aber das ist ja im Grunde nix. 1 Yen ist mal weniger als 1 Cent in Deutschland. Das ist also relativ einfach. Und auch bei der Verwaltung generell muss man nicht so viel aufpassen und sich an so viele Gesetze und Regeln halten, wie bei der Kabushiki Geisha. Das heißt, die Gewinnverteilung kann man zum Beispiel über die Satzung relativ frei regeln. Man kann sich im Grunde so viel Geld geben, wie man will und kann das mit den anderen Firmen-Eigentümern zum Beispiel dann auch absprechen und kann das alles so regeln. Das Problem, was dabei oft genannt wird, ist, dass wenn die Firma erfolgreich wird, es eventuell Probleme zwischen den Eigentümern gibt. Das kommt wohl öfter vor, weil der eine dann sagt, ja, aber da will ich mehr haben und was weiß ich nicht alles. Das ist vielleicht ein potenzielles Problem, weil es nicht so genau geregelt ist, wie bei der Kabushiki Geisha. Aber es lässt einem natürlich viel mehr Freiheiten in der Verwaltung, in der Firmenstrategie dann natürlich auch. Und das ist eben das große Plus der Godo Geisha im Vergleich zur Kabushiki Geisha. Man hat viel mehr Freiheiten. Außerdem muss die Bilanz auch nicht öffentlich gemacht werden und ein negativer Aspekt, den das Ganze aber dann doch hat irgendwo, ist, dass das Vertrauen in der Gesellschaft nicht so groß ist, wie bei der Kabushiki Geisha. Das liegt daran, dass die Firma erst seit 2006 überhaupt gegründet werden kann, diese Form. Und viele sagen halt, ah ja, Godo Geisha, hm, eine Kabushiki Geisha, da habe ich schon mehr Vertrauen rein. Und das führt eben dazu, wenn man den Kredit bei der Bank aufnehmen will, dass das schwieriger wird mit einer Godo Geisha, dass teilweise Verträge mit Geschäftspartnern auch schwieriger werden, dass die sagen, hm, dem geben wir erstmal nicht so viel oder da machen wir mal nicht so einen großen Vertrag, weil das ist ja nur eine Godo Geisha, keine Kabushiki Geisha. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Das ist halt so ein Nachteil der Godo Geisha, dass das Vertrauen in der Gesellschaft nicht so groß ist. Aber wenn man natürlich schon irgendwie Geschäftspartner etabliert hat, sage ich jetzt mal, und vorher eine Kabushiki Geisha war und dann sagt, okay, mein Business ist jetzt ein bisschen kleiner geworden oder so oder ich möchte mich ein bisschen zurücknehmen, dann kann man auf die Godo Geisha wechseln, hat mehr verwalterische Freiheiten und wenn man die Geschäftspartner schon hat, dann sollte das ja auch kein Problem sein. Also es hat durchaus seine Vorteile, aber kann auch seine Nachteile haben, diese Firmenform. Dann kommen wir zu zwei Firmenformen, die jetzt nicht wirklich so oft in Japan gegründet werden. Die erste Firmenform ist dabei die Goshi Geisha. Und das ist jetzt eine relativ interessante Firma, weil die kann man nicht ab einer Person gründen, also Kabushiki Geisha und Godo Geisha können ab einer Person gegründet werden, aber diese Goshi Geisha, da müssen mindestens zwei Personen vorhanden sein. Und einer von diesen zwei Personen muss unbeschränkt haften, wenn die Firma Insolvenz geht. Das ist auch interessant. Also einer von den beiden reicht aus. Es können natürlich auch beide sagen, jo, wir haften unbeschränkt, macht in der Regel aber natürlich keiner. Mindestens eine unbeschränkte Haftung, in diesem Fall dann eben auch, wenn die Firma Insolvenz geht, mit Privatvermögen. Und einer kann dann auch beschränkt haftbar mit dabei sein. Oder wenn man es mit drei oder vier Leuten gründet, muss eben von diesen drei oder vier Leuten einer unbeschränkt Haftung unterliegen und die anderen dann eben beschränkter. Hier ist die Gründung auch relativ günstig, wie bei der Godo Geisha. Ungefähr 100.000 Yen kostet die Gründung und es ist diesmal kein Startkapital vonnöten. Also theoretisch noch nicht mal 1 Yen, sondern auch mit 0 Yen kann man das Ding gründen. Bilanz muss ebenfalls nicht öffentlich gemacht werden und man hat halt relativ viele Freiheiten bei der Gestaltung, bei der Verwaltung, bei der Buchhaltung. Ähnlich wie bei der Godo Geisha. Also ihr merkt schon, es ist relativ klar, warum das nicht so viele gründen, weil im Grunde hat das jetzt nicht wirkliche Vorteile gegenüber der Godo Geisha, sondern eher den Nachteil, dass jemand in unbeschränkter Haftung noch dabei ist und wer macht denn sowas? Also wer setzt sein Privatvermögen da aufs Spiel? Das machen die meisten natürlich nicht. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Gome Geisha. Das ist im Grunde relativ ähnlich zu der Goshi Geisha. Nur mit dem Unterschied, dass man diesmal nicht zwei Personen für die Firmengründung braucht, sondern eine Person mit unbeschränkter Haftung reicht aus. Ansonsten ist es im Grunde genau dasselbe wie die Goshi Geisha. Man braucht kein Startkapital, man muss die Bilanzen nicht öffentlich legen, man hat relativ viel Freiheiten in der Verwaltung und Buchhaltung, auch in der Gewinnverteilung und es kostet ungefähr 100.000 Yen. Also auch das ist eine Firmenform, die nicht wirklich oft gegründet wird, weil auch da wieder der Punkt, die Godo Geisha hat im Grunde mehr oder weniger dieselben Vorteile und man haftet dort nicht mit seinem Privatvermögen, sondern ist nur beschränkt haftbar. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Außerdem Gome Geisha und die wir eben vorgestellt haben, die Goshi Geisha, genießen auch nicht wirklich ein hohes Vertrauen in der Gesellschaft, weil eben jemand unbeschränkt haftbar ist und die Leute dann sagen, ob der das hinkriegt, ob der das so schafft oder so, das wissen wir nicht, deswegen ist da das Vertrauen nicht so wirklich groß. Das sind jetzt also die vier Firmenformen, die man heutzutage, Jahr 2021 in Japan gründen kann. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, okay, die letzten beiden Firmenformen, die gründet eh sowieso keiner, sondern die, die am meisten gegründet werden, ist die Godo Geisha und die Kabushiki Geisha. Wann sollte man denn welche gründen? Und da gehen die Meinungen natürlich auseinander, aber das, was man so allgemein sagt, ist, wenn man vorhat, sein Business richtig, richtig groß zu machen, also eine Firma mit, weiß ich nicht, Hunderten von Angestellten oder Dutzenden von Angestellten, dann ist die Kabushiki Geisha in der Regel die bessere Wahl. Warum? Weil sie natürlich mehr Vertrauen in der Gesellschaft genießt und jeder dann sagt, oh, das ist Nintendo oder das ist Sony oder das ist sonst irgendwas, das sind diese Riesenfirmen, denen vertraue ich und die sind natürlich auch mehr reglementiert. Durch diese Reglementierung wächst natürlich auch nochmal das Vertrauen, dass da die obere Führungsriege nicht irgendwelche komischen Sachen macht und am Ende das Geld weg ist oder was auch immer. Deswegen sagt man immer, wenn man wirklich sein Business, sein Unternehmen richtig groß macht, dann die Kabushiki Geisha. Auf der anderen Seite sagt man, okay, wenn man das jetzt nicht so unbedingt richtig groß machen will, sondern man eher im Fokus hat die Freiheiten, die man durch die Godo Geisha bekommt, also zum Beispiel in der Gewinnverteilung, dass man sagt, jo, ich will vielleicht ein bisschen mehr Gewinn rausziehen oder ich möchte das alles ein bisschen freier machen, auch meinen Arbeitnehmern ein bisschen mehr Geld geben und möchte nicht diesen Reglementierungen unterlegen und ich brauche auch nicht das hohe Vertrauen in der Gesellschaft jetzt irgendwie, weil mein Kundenkreis, der vertraut mir eh oder was weiß ich nicht immer, was weiß ich auch immer, dann lohnt es sich eher, die Godo Geisha zu nehmen, weil die eben mehr Freiheiten in der Verwaltung hat, weil es einfacher ist, sie zu gründen, weil man nicht den ganzen Stress hat mit diesen ganzen Regeln, Reglementierungen und so, dann lohnt sich eher das. Das sind so die beiden, ja, Firmen, die eben in Japan gegründet werden und das sind so die Entscheidungshilfen, die auch immer gegeben werden. Hängt halt davon ab, was einem wichtiger ist und welche Ziele man in der Zukunft hat. Jetzt kommen wir dazu, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich hoffe, das war bisher irgendwie halbwegs verständlich. Ich denke, das ist für mich, das ist auch nicht ganz einfach. Ich habe da auch viel recherchiert, um das so ein bisschen herauszubekommen, aber ich hoffe, ich konnte es halbwegs verständlich irgendwie erklären. Jetzt kommen wir, wie gesagt, dazu, was ich gemacht habe und ich bin Kojin Jigyo. Das ist bisher nicht aufgetaucht, weil es auch keine Firma ist, die man jetzt gründet, also keine offizielle Firmenform, sondern Kojin Jigyo ist nochmal viel einfacher. Das ist wie eine Gewerbeanmeldung in Deutschland. Wenn man ein Kleingewerbe zum Beispiel anmeldet, dann geht man in Deutschland ja zum Gewerbeamt, meldet das Kleingewerbe an und dann kann man im Grunde starten. Und das ist in Japan relativ ähnlich, nur dass das hier nicht Kleingewerbe genannt wird, sondern Kojin Jigyo. Das heißt, man geht zum Finanzamt, gibt sein Kaigyo Todoke, heißt das, gibt das ab, das ist sozusagen die Anmeldung und sagt, hier, ich arbeite mit dem und dem Inhalt und das sage ich euch jetzt, dass ich hier angefangen habe zu arbeiten. Und das ist auch im Grunde alles, was man machen muss und dann kann man starten. Also man hat null Kosten, Anfangskosten, überhaupt nicht. Man braucht kein Startkapital. Okay, braucht man bei den anderen Firmen auch nicht wirklich. Ein Yen hat eigentlich jeder immer. Das sollte man irgendwie hinbekommen. Und das ist halt der große Vorteil. Man muss nicht zum Steuerberater gehen, man muss nicht zum Anwalt gehen, man braucht keine Satzung, man hat in der Buchhaltung eigentlich super, super viele Freiheiten, denn streng genommen muss man noch nicht mal großartig was machen, solange man am Ende eben die Steuererklärung abgibt. Und das ist eigentlich auch so die einzige Pflicht, die man hat als Kojinji Giyonoshi, die Steuererklärung abgeben. Das macht man einmal im Jahr, da kann man sich entscheiden zwischen der weißen Steuererklärung und der blauen Steuererklärung, das wäre die Aoiro Shinkoku. Bei der blauen Steuererklärung gibt es nochmal 4000 irgendwas Euro umgerechnet Steuervergünstigungen, deswegen sollte man die blaue nehmen. Wissen aber auch nicht alle Japaner, dass es die blaue gibt, wenn sie sich vorher nicht richtig informieren und die Steuerberater haben auch nicht immer Lust, die blaue zu machen, weil es halt ein bisschen mehr Aufwand ist für die Steuerberater und wenn du dann jemanden hast, der ein kleines Restaurant hat zum Beispiel, mit vielen Belegen, dann ist das natürlich richtig, richtig viel Aufwand. Mein Steuerberater meinte, jo, du hast die blaue Steuererklärung angemeldet, ich mache dir die blaue Steuererklärung natürlich, auch weil der ein bisschen über Familie ist und so und er meinte, ja, bei dir ist das halt auch relativ locker, weil du nicht so viele Belege hast. Er sagte, bei den anderen, wenn ich hier Restaurants habe oder so, dann mache ich die blaue schon gar nicht, dann mache ich die weiße. Das ist natürlich auch gut, wenn die Mandanten das dann nicht wissen, aber nun gut, ja, er macht für mich Sonderkonditionen hier, das ist schon mal gut, aber genau, das ist im Grunde das Einzige, die einzige Obligation, die man hat als Kojinji Genoshi, diese Steuererklärung zu machen und ansonsten muss man nichts großartig an Buchhaltung oder sonstigen Sachen machen. Das ist natürlich sehr, sehr gut, aber natürlich gibt es auch Nachteile und zum Beispiel bei den Betriebskosten, man kann längst nicht so viele Sachen als Betriebskosten absetzen, wie es zum Beispiel bei einer Kabushiki Geisha der Fall ist. Auch kann ich mein Gehalt nicht als Betriebskosten absetzen, das funktioniert auch nicht. Ich kann zwar einen Teil von der Miete und einen Teil von den Stromkosten absetzen, wenn ich eine Kabushiki Geisha hätte und sagen würde, die Wohnung hier gehört der Kabushiki Geisha oder das ist mein komplettes Büro, dann könnte ich die ganze Wohnung absetzen von den Steuern zum Beispiel. Das funktioniert mit dem Kojinji Genoshi aber nicht, da hat man also gewisse, ja, Relementierungen, sage ich mal. Dann ist es auch so, wenn man richtig viel verdient mit seinem Kojinji Gyo, dann muss man mehr Steuern bezahlen, als wenn man eine Kabushiki Geisha hat. Bei mir ist es aber so, ich verdiene nicht so unfassbar viel, dass ich über diese Grenze komme, ab der eine Kabushiki Geisha jetzt sinnvoll wäre. Sondern bei mir ist es eher so, dass ich weniger Steuern zahle, als würde ich jetzt eine Kabushiki Geisha machen. Und deswegen bin ich eben auch im Kojinji Gyo, weil es halt total easy ist, weil ich weniger Steuern am Ende zahle und weil eine Kabushiki Geisha halt mit einer ganzen Menge an Aufwand verbunden ist. Ich habe euch ja eben gesagt, die ganzen Regeln und so. Also wenn man die gründet, dann kommen auf einmal so viele Dinge auf einen zu, dann muss man sich wahrscheinlich noch einen Anwalt suchen, der Steuerberater nimmt dann natürlich auch mehr Geld, weil er mehr zu tun hat. Und das ist halt auch alles Stress, den ich gar nicht haben will, ehrlich gesagt. Und Aufwand, den ich auch gar nicht haben will. Vor allem nicht, weil es sich momentan halt für mich auch gar nicht lohnt. Vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren, vielleicht würde es sich dann lohnen, eine Kabushiki Geisha oder eine Godo Geisha aufzumachen. Aber momentan ist es halt, lohnt sich das überhaupt nicht für mich. Ich könnte aber trotzdem Leute einstellen. Das würde also ohne Problem gehen, wenn ich jetzt sagen würde, hier, ich stelle Mayu ein oder sonst irgendjemandem, das könnte ich machen. Aber wenn es dann zu viele Leute werden, dann sollte man auch wieder auf eine Kabushiki Geisha oder Godo Geisha wechseln. Und man hat einige, so ein paar Nachteile bei der Kranken- und Rentenversicherung. Denn ich muss in die staatliche Kranken- und Rentenversicherung. Wenn man eine Kabushiki Geisha hat, kann man in die sogenannte Shakaihocken gehen. Und da hat man nochmal ein paar Vorteile, weil die ein paar Leistungen mehr übernehmen. Und da übernimmt dann auch sozusagen die Firma die Hälfte der Krankenkassenkosten. Obwohl das natürlich, gerade bei mir wäre es jetzt der Fall, ich wäre eine Person. Ich muss natürlich dann diese Hälfte auch wieder reinholen über den Gewinn. Also sozusagen würde sich da nicht wirklich was für mich ändern, ehrlich gesagt. Und ja, deswegen habe ich eben auch keine Kabushiki Geisha, sondern bin einfach ein Gewerbe, ein Kojinjigio könnte man nennen. Vor allem als eine Person, mein Steuerberater meinte auch, ja okay, wenn das, was du machst, in der Art, wie du das machst, mach das einfach alleine weiter, bleib Kojinjigio. Das ist für dich die beste Wahl momentan. Und ja, mit dem rede ich halt dann auch immer so, ne, je nachdem, wie es gelaufen ist im Jahr, was man da noch machen könnte und so. Und er meint halt auch, jo, Kojinjigio ist am besten. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Also, wenn man eine Person ist oder vielleicht maximal zwei Personen und man hat jetzt nicht ein Riesenunternehmen mit, was weiß ich, wie viel Hunderttausenden oder Millionen Euro umsetzen im Jahr, dann lohnt es sich eigentlich nicht, eine Firma in Japan aufzumachen, sondern dann lohnt es sich mehr, eben dieses Kojinjigio zu machen. Sollte es dann aber größer werden oder sollte man von Anfang an im Sinn haben, ein richtig fettes Unternehmen aufzumachen, dann lohnt sich natürlich eine Kabushiki-Geisha oder Godo-Geisha wesentlich mehr und ist dann auch zu empfehlen. Ne, man hat beschränkte Haftung, was schon mal eine sehr gute Sache ist. Man hat relativ viele Vorteile, gerade bei der Godo-Geisha dann auch. Man genießt, wenn man die Kabushiki-Geisha hat, Vertrauen in der Gesellschaft, kann leichter Kredite und eben auch Verträge und alles schließen. Aber das ist dann eine ganz gute Sache, denke ich. Nun gut, das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es verständlich war und ob es euch irgendwas gebracht hat. Ich fand es eigentlich relativ interessant, weil das ist ja was, über das man eigentlich nie so wirklich was hört. Oder auch auf YouTube oder in Blogs, welche Firmen kann man in Japan eigentlich gründen? Und was auch noch relativ interessant ist, dadurch, dass das mit dem Kojinjigio in Japan relativ easy ist und es auch eigentlich keine Verdienstgrenze gibt, ab der man eine Kabushiki-Geisha aufmachen muss, das ist auch interessant. Ich bin mir nicht sicher, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, in Deutschland ist das anders. Wenn man in Deutschland einen gewissen Umsatz hat, glaube ich, muss man irgendwie eine GmbH oder so werden. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, da bin ich mir nicht sicher. Aber in Japan ist es halt so, theoretisch könnte ich Millionen verdienen und könnte immer noch Kojinjigio bleiben. Das würde sich dann steuerlich nicht mehr lohnen, aber theoretisch würde das gehen. Und in Japan gibt es viele, viele kleine Geschäfte, die als Kojinjigio eben angemeldet sind. Und dann zum Beispiel einen Mann, der irgendwie seine Takoyaki da jeden Tag brät und die ein bisschen verkauft, aber jetzt nicht so mega viel Gewinn macht. Aber dadurch, dass es halt wenig Regeln gibt und du nur einmal im Jahr die Steuererklärung machen musst, was jetzt auch nicht so schwer ist, was man theoretisch auch alleine machen könnte bei einem kleinen Betrieb, können solche Geschäfte in Japan eben existieren. Und das finde ich halt relativ interessant. Und einige, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, haben einfach gar nichts angemeldet. Die sagen, oh ja, das nehme ich mir einfach so mit. Ist natürlich nicht ganz korrekt, aber ganz ehrlich gesagt bei den Kojinjigio, wenn man da jetzt nicht super viele Umsätze hat, interessiert sich das Finanzamt auch überhaupt nicht für einen. Aber das ist halt auch so ein Vorteil und deswegen existieren viele kleine Geschäfte in Japan, die entweder gar nicht angemeldet sind oder ein Kojinjigio haben und dann halt in dem Rahmen auch ganz gut zur Rente zum Beispiel da noch ein bisschen, was sich dazu verdienen können oder aber auch einfach so von den Umsätzen leben können. Nun gut, das sollte jetzt auch wirklich gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schockt gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es noch eine Menge an Links, vor allem auch unser Online-Shop, in dem wir japanische Waren verkaufen. Hochwertige japanische Waren. Schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten lasst ein Abo auf dem Kanal da und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.